Und diese Worte, welche ich dir heute gebiete, sollen immer und ewig in deinem Herzen stehen. Und du sollst diese heiligen Worte gewissenhaft lehren, deine Kinder. Und sollst allen davon erzählen, wenn du in deinem Hause sitzt. Und sprich auch dann davon, wenn du unterwegs bist. Und vor allem, wenn du krank der Nieder liegst. Und wenn du dich gesund erhebst. So steht es geschrieben. Wir kommen ja eines Tages raus, das weiß ich. Das habe ich auch immer geglaubt. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.